Dieser Tipp ist für alle Eltern und Kinder interessant, die eine Apple Watch besitzen. Im Kontrollzentrum lässt sich die Funktion Schulzeit hinzufügen. Aktiviert ihr diesen Modus, werdet ihr weder abgelenkt noch gestört von eurer Uhr. Diese zeichnet nun die Schulzeit auf, also die Zeit, die ihr in der Schule verbringt. Es ist grundsätzlich erstmal wichtig, dass sich das iPhone der Eltern mit der Uhr der Kinder verbindet. Dann kann der Elternpart über die Apple Watch App die Uhr des Kindes auswählen und dort einen Zeitplan erstellen. Hier wird dann festgelegt, zu welchen Zeiten sich die Apple Watch in den Schulmodus begeben soll. Während der eingestellten Schulzeit wird das Display der Uhr vom Kind abgedunkelt und ein Nicht-Stören-Modus automatisch aktiv. Anrufe oder Nachrichten von den Eltern werden trotzdem angezeigt. Das Kind kann auf das Display tippen, um es aufzuwecken und an der Krone drehen, um den Modus zu verlassen. Sobald sich das Display nach dem Verlassen des Modus wieder abdunkelt, wird der Schulzeitmodus automatisch wieder aktiv. Die Aktivitäten vom Kind, zum Beispiel wenn es den Modus verlässt, wird in der Apple Watch App der Eltern direkt hinterlegt und kann jederzeit abgerufen werden. Natürlich kann das Kind auch jederzeit von sich aus selbst diesen Modus manuell aktivieren. Viel Spaß beim Lernen!